Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Alice 19 auf der Hof Bergmann. Sooo, nach meinem Honig-schäden letzten Folge machen wir heute weiter. Brauchen wir auch noch den nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den brauchen wir. Opa, ist jetzt seit neuestem auch so schlöpfer immer wieder. Ja, war jetzt ein bisschen unangenehm. Uuuuh, geliebt, ich denke, wir werden es schon mal zum ersten Zelt oder dieses Zelt. So, jetzt muss ich erstmal kurz drücken, wie haben wir überhaupt was hier, einiges soo. 5 Weizen, das ist ja leer und das ist ja 18 Kartoffeln, ok. Okay. Weizen, der Gäste haben, das war die in der Wind. No. So, schon mal aufklappen. So, Licht. Noch früh am Morgen halb 8. Und dann geht's los. Auf geht's, die Gäste runterbrechen. Auf geht's, die Gäste runterbrechen. Und dann geht's zur Dreidegut und Rest dann hier ins Siedlung für Saatgutherstellung. Und dann wird's gut. Das ist ein Mosenzahn. Das ist ein Schmarrt, das ist ein Schmarrt, das ist ein Weiber. Sooo... Sooo... Was ist das Schirm? Egal, ich hab vergessen Strohmützel zu machen. Schau, was für ein Kompost war. Egal. Ist bloß eh eine Bahn, da geht das... Machen wir es jetzt. Mit dem Strohschwort. Kann ja mal vorkommen. Oh, ich fahr schon wieder Skifräg. Mal einmal nicht hin, kommt wohl nicht raus. Daraus hören wir. Augen auf, auch beim Ernten. Ich dachte, ich frage gerade, können wir kurz aufs Handy gucken. Wo ist die Kuh? Nicht denken, sondern wissen. So. 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 Spannende Musik 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 So, die Leer, zack. Wieder hoch. Die Leer, zack. Die Leer, zack. Das Zimmer voll. Ach, er hat schon gekappt geworden. Da, 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 da. Da, 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 da. Da kommen wir halt über. Und das geht's. Da, 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 da. So, Dilly, Bahn Nr. 3 werde ich zurück, das werde ich schön hier verteilen. Den Berg verhaben, mag ich mich so. Beim Einsammeln. Aber was will ich denn schon ich? So, aber jetzt woher, hoch hinaus. So, so, so. So, so, so. Das war's. So, flight hummels. Second one. So, delay. So, delay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach Mensch! Untertitelung des ZDF, 2020 So, auf geht's, nächstes Bein. Wie da unten verfahren wird, oder schief fahren wird, war aber schon lange fertig mit dem Feld. So, auf geht's, nächstes Bein. So, die Dabstack-Bas-Heimer sind mit Schammer noch. So, voll. So, passt der wieder mit. Und klick. Dann tippe ich immer die falsche Richtung, wenn mir das mal jemand von euch verraten. So, die Dabstack-Bas-Heimer sind mit Schammer. So, die Dabstack-Bas-Heimer sind mit Schammer. Ich glaube, ich darf jetzt auch schon mal einen Schluck trinken. Let's go! So, 12 Minuten haben wir noch. Ein bisschen mehr, aber... Ja, aber es wollte nicht ganz schaffen. Das fällt. Weil ich mich zu viel verfranzt habe. Und vertappt. Wenn man das nicht merken kann, beim Thrasher immer rückwärts und beim Schlepper immer vorwärts tappen. Wo ich auch durfeinander gehauen habe. Aber so ist es manchmal. Steckst du nicht drinnen. Ich muss die Kucki zu. So. 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 euch gefallen hat, trotz meines Rumgestürmungen auf dem Acker, lasst ein Däumchen da und ich bin raus, tschau tschau, fuck euer Jaso.